Nur einer, bitte, gebt mir nur einen. Einen, sagte ich. Gebt mir einen Setzling, oh ihr Tiere des Waldes. Keine Ahnung, ich schlauere, lass mich einfach labern. Hey, die gebe mir keine Setzlinge. Ich werde dich erschießen. Bam, Headshot. Bam, Headshot. Okay, sehr schön. Ich baue mal ganz kurz hier mein Ding auf. Ich baue hier mal ganz kurz mein Ding auf, ja, genau. Und wir werden hier mal ganz kurz uns zwei scharfe Schwerter bauen. Oh, unser Inventar ist schon wieder so zugeklatscht, aber ist mir gerade das los, ne? Ist ja schlimm hier. Na? Könnt ihr nicht mal ein Setzling hier? Ich hätte jetzt gerne mal langsam meine Setzlinge hier, die ich wollte. Setzlinge. Setzlinge, wo seid ihr? Ich würde nur einen, einer reicht mir, komm, einen, gib mir einen. Setzling, ja. Ich will doch mehr. Ich will doch noch mehr. Nö, einer reicht mir nicht. Ich will mehr, gib mir mehr, mehr. Ah, okay. Hä? Warte mal, das ist alles der Echtzeit-Sding. Die verarschen mich. Die verarschen mich. Oh, das finde ich nicht okay. Was soll ich tun? Sie verarschen mich. Oh, das finde ich nicht okay. Wow, ey, hier unten sind keine Eier. Verschwinde, hier gibt's keine Eier. Hui. Oder? Oh. Nein, aber Clown Screeper gibt's hier. Toll. Sind wir schon wieder voll? Wirklich? Oh mein Gott. Ähm. Ob wir hier Eier finden werden? Ich bin skeptisch. Trosse. Skeptisch ging er voran. Die Creeper. Im Blick. Er wusste, dass sie gefährlich war und ihn beholte. Oh. Sehr schön. Lass mich. Weiche. Weiche. Weich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lalalalalalalalalala. Oh, je, 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 je. Oh, meinst der Creeper nicht gestorben, meine. Der ist ja genau neben dem explodierenden Vieh gewesen. Oh. Da will ich nicht drunter. Denn das könnte mein Ende sein. Eier? Hühner? Osterhasen? Hühner? Eine sehr interessante Höhle. Oh, jo. Kommt immer noch mal so Eisen mit. Wenn wir einmal da sind, wollen wir es nicht verschwenden. ja ich weiß aber noch mehr ich gehe ich gerade nur runter weil das vertrauenserwecken nach diamanten aussieht welche tiefe sind wir? 30, das ist doch viel zu hoch zu Ostern in die Höhlen gehen oh wir kommen aber langsam auf ein tiefes level hier ja nur wer war das und wo und wieso au au von wo? ach da warum 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 huiuiui wir haben die kleine Fackeln da gleich au lass mich äh stopp vorbeklickt erst mal schön ach ja stimmt wir können ja nichts mehr aufheben nehmen wir das noch mit machen wir die ganze Kohle hier zu fackeln ach so quatsch ja das war wirklich atemberaubend was wir da jetzt gefunden haben so hier jetzt wieder eine Höhle das gibt es doch nicht hier ich würde noch mal ganz kurz hier reingucken und noch ein fleißiger Höhlen sucher du 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 auch er hatte keine Eier dabei schade denn ich hätte gerne seine Eier in die Hand genommen also also mich dass ich das falsche denkt nur weil das so halbwegs falsch klang bis hin auf diamantentiefe lala ich mach ein licht damit ihr auch was seht so wollen wir uns kurz durchgraben so vielleicht finde ich irgendwas ich denke mal aus der labe werden wir nicht viel finden ja hab ich mir schon gedacht ja gut aus der labe haben wir nicht viel gefunden so hier kann man runter hoffe ich ein zombie hier kann man runter schwimmen gegen die strömung an hier kann man aber nicht runter schwimmen 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 wir machen fortschritte von hier kamen wir hop 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 hoch 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 das hier noch das hier noch und temple run wo kommen wir her da sind wir lang da kann man aber nicht her aber wir kamen von hier genau da sind wir auch gleich wieder draußen schade wäre zu schön gewesen mal kurz ein paar diamanten zu finden naja was willst du machen ne ist heute der forscher instinkt na nu ach hier wo das ist nacht mittlerweile boah die kuh hat mich voll erschreckt irgendwie ey mach mal einen ruhigen kuh so oder dann schauen wir mal weiter schauen wir einfach mal so hier am wald ist was war das irgendwas pinkes oder sowas wenn du ist das wenn du ist das brav wer ost soll mit den eiern spielt hat zu weihnachten bescherung der ist nicht schlecht ne der gefällt ne wo ich würde es vielleicht jeder verstanden haben aber die die es verstanden haben sollen die haben es verstanden oh hühner hühner sind immer dafür ein zeichen dass der osterhase eier gelegt hat hey ich will eier haben so bitte ostern beschere mir doch vernünftige eier oh ein clowns creeper für deine späße bin ich nicht aufgelegt du unhold du unwicht eps hier sind überall noch die kakaobohlen voll leistig am gewachsen oh für deine bin ich eh mal nicht aufgelegt du scherpskeks du deine deine eier brauche ich nicht er hat stimmt den haben wir wollen durchgelegt da konnte ich echt nicht mehr also hoffentlich kriege ich jetzt genauso witzig rüber wie er eigentlich ist das der osterhase ist das ärmste tier der welt sagt man sich warum es gibt drei könnte die dafür sprechen erstens der osterhase trägt sein schwanz hinten zweitens huch moin stopp lass mich stirb einfach klasse wow was ist das oh mein gott nein mr duck mr duck wow wow was soll das da unten werden alter was ist das hier stimmt mir das lieb vom tod oder was bitte nicht ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ich will nichts mit euch zu tun haben mit euch auch nicht au 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 ok ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig wir schaffen das hua hier rüber hui scheint ja nochmal gut gegangen zu sein also level 34 folien zu ostern äh werden äh nicht so doll au das tat weh verdammt kürbisse zu ostern strange mr duck ja da pfeift doch die katze die hat wieder keiner dabei gehabt ich glaub's nicht da unten stehen wieder die bundesgenossen da was hier äh wow 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 lass mich wow alter was geht denn hier ab ey hilfe hilfe wow und stopp sehr schön alter was geht denn hier schief tausend leute hier ich will nur den osterwitz erzählen also der osterhase hat seinen schwanz hinten der osterhase ach jetzt da ist ich glaube nicht zu blitzen der osterhase verdammt trägt seinen schwanz hinten so muss eine verstecken und der osterhase darf noch einmal im jahr kommen so das war jetzt aber ich musste zwischen den pausen und sehen und der vielleicht der witz kam es wahrscheinlich nicht so witzig rüber wie er eigentlich sein sollte ja die glaubst du bei die gehen ja gar nicht was das hier btf lasst mich ein weibliches hühnchen ein weibliches hühnchen ich bin für so ein lebendig geschaffen die katze senkte sich dem boden entgegen und fleißige ostersucher griffen uns an weibliche ostersucher haben wir auch tschuldigung ich will nicht auch das tut mir leid ich wollte ich schalke ungern auf mädchen ein aber du hast mich angegriffen blutiges ostern lasst mich wo bin ich eigentlich ich bin auch da weil ich wäre weg von zu hause wir wollen ja was neues entdecken dabei ostersuchen und dabei versuche nicht zu stehen ich hoffe ich jetzt hinlegen wie bei call of duty ähm moment ja cool sollt ihr rein na ok dann suchen wir mal weiter während im hintergrund healing spielt von kevin mecklö mecklö die sonne sie ging auf und begrüßte uns an diesem herrlichen ostersamstag auch wenn es eigentlich kein osterfeierstag ist ach ja wo sind wir denn welt da habe ich gerade ein geräusch gehört oh au das ihr abarm barabam barabar 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 so ob ich darüber natürlich nicht denn wo sind wir denn jetzt okay ich jetzt mal den nächsten witz hier vor momenten müssen muss ich kurz mal so hier sag mal hast du dein auto eigentlich zu ostern bekommen nein wie kommst du denn auf die idee warum sollte ich mein auto zu ostern bekommen haben weil deine reifen zu eiern oh mein gott wie gesagt ich kenne einige wir wissen nicht das war jetzt so ein witz wieder dafür soll das erschossen werden da ich ihnen gerade erzählt habe bitte alle bis wohl auf mich gerichtet weil deine eifel so sein nein deine eifel so eiern ja wo sind wir ja eigentlich da hinten ist zu hause und hier sind wir leider